Herzlich Willkommen beim Mediales. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben ja heute den zweiten Teil unserer Meditationsreise, unseres Meditationszyklus zu sehr feinstofflichen Systemen, die den Körper betreffen. Wir hatten letzte Woche das Nervensystem und heute geht es um das Hormonsystem. Und gerade beim Hormonsystem ist es so, dass man das auf der energetischen Art und Weise sehr gut entstören kann und auch ganz viel damit arbeiten kann. Wie gesagt, ich rede ja immer aus der Sicht des Energiefeldes und ich merke da, dass das Hormonsystem extrem, nennen wir es wetteranfällig ist. Also das reagiert extrem auf äußere Einflüsse, oft wahrscheinlich auch mehr und schneller, als wir uns das vorstellen können. Nur als Beispiel sei ja genannt, dass wir uns ja schon teilweise gut riechen können über die Nase, wo man sagt, okay, das ist jetzt Sympathie, Antipathie. Also da reagieren wir ja auch hormonell drauf und man sieht, dass es geht ganz schnell und oft auch ganz unbewusst, wie wir uns hormonell entweder unter Stress setzen oder womöglich weicher werden. Und da geht es mir heute darum, ein Bewusstsein zu schaffen und das Hormonsystem auch wieder in die höchstmögliche Schwingung zu bringen, die in deinem Rahmen möglich ist. Da geht es ja immer darum, dass man sagt, da gibt es nicht das Idealbild, sondern es gibt immer den Rahmen, den eigenen Rahmen, wohin man ein System so energetisch eigentlich bearbeiten kann. Gut, dann wollen wir gleich mal starten. Schließ bitte deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du spürst nun, dass du bemächtigt wirst, befähigt wirst. Dein Hormonsystem energetisch auszugleichen und zu reinigen. Du brauchst von diesem Hormonsystem gar kein konkretes Bild zu haben. Es reicht schon aus, dass du dir einfach bewusst machst, dass du hier und heute mit deinem Hormonsystem arbeitest. Stell dir das einfach mal wie eine weißen Dunst oder Nebel um dich herum vor. Das ist das Bild deines Hormonsystems. Das ist das Bild deines Hormonsystems. Und es beginnt nun diese Reinigung und Heilung und auch Ausgleich deines Hormonsystems mit einem angenehmen, orangefarbenen Licht. Das in deine Leistengegend fließt, zu deinem Nabel hinfließt, das in dein Becken einfließt. Und diese Heilfrequenz enthält jetzt alles, was das Hormonsystem auf der Ebene deines Beckens, deines Nabels benötigt, um in absolute Harmonie zu kommen. Du spürst, wie dieses hellorange Licht einfließt und du spürst auch, dass du ruhiger wirst, dass du dich immer weiter entspannen kannst. Und du spürst, dass nun auch ein wundervoll goldstrahlendes Licht hinzukommt zu diesem Heilungsfluss, der in deinen Solarplexus, deinem Magenbereich einfließt. Und dieses Licht heilt jetzt alle hormonellen Faktoren, die mit dem Solarplexus zusammenhängen. Und du spürst auch da eine Weichheit, eine Erleichterung, einen tiefen Frieden und eine tiefe Zufriedenheit. Das dritte Licht, das sich aktiviert, ist dein Smaragdgrünes Licht. Und dieses Licht strahlt nun in deine Brust hinein, in deinen Brustraum, füllt es, erfüllt ihn. Und alle Themen, die mit dem Hormonsystem zusammenhängen, in deinem Brustbereich, Brustraum, werden nun ausgeglichen und heilen sich. Und nun fließt auch in deinen Hals- und Nackenbereich ein hellblau türkises Licht ein und bringt alle Themen deines Hormonsystems, alle Unausgewogenheiten, alle Überfunktionen in die Mitte und gleicht sie aus, sodass du absolut entspannen kannst und zur Ruhe kommst. Und du merkst jetzt auch, dass in dein drittes Auge, über dein Stirnchakra, ein violettes Licht einfließt und dieses Licht gleicht jetzt auch nochmal in deinem Schädel, deinem Kopf, alle hormonellen Unausgewogenheiten aus, reinigt dich und bringt dich in die Mitte. Oberhalb, hoch über dir schwebt, dein höheres Selbst und behütet dich, bringt dich in einen neutralen Raum und hilft dir, diese Heilfrequenzen optimal zu übersetzen. Du bleibst jetzt in dieser höchsten Schwingung, in dieser Heilenergie und erlaubst dir dann, diese Energie zu erden. Es fließt nun die gesamte Heilung und Kraft von deinem Schädel durch deinen Körper hinunter, in dein Becken, in dein Wurzelschakra und erdet sich jetzt. Das heißt, es fließt in die Erde ab und diese Erdung ist jetzt auch gleichzeitig Kanal, Reinigung, Abfluss, Rohr für alles, was in deinem Hormonsystem aufgestaut ist. Alle Stressfaktoren, alle Unausgewogenheiten deines Hormonsystems fließen nun ab und zurück bleibt eine tiefe Harmonie und tiefe Reinigung. Du merkst auch gleichzeitig, wo womöglich ein Mangel ist, sodass sich deine Hormone nicht optimal entwickeln können. Und deshalb fließt jetzt auch die optimale Nährenergie, Nahrungsenergie für dein Hormonsystem in dich ein und du spürst, dass Unausgewogenheiten, Trockenheiten, ganz viel Stress, das Gefühl nicht geliebt zu sein, innere Anspannung und inneres Kämpfen jetzt ganz selbstverständlich transformiert werden und du wirst ruhiger, klarer und freier und spürst eine unendliche Kraft und einen tiefen Frieden, der durch dein System fließt. Dieser Frieden erlaubt dir nun, die Vergangenheit loszulassen und in diesem Loslassen lösen sich nun auch Stresshormone, lösen sich alte, eingebrannte Muster aus deinem Hormonsystem und du spürst, dass sich dein Hormonsystem klar und bewusst in Einheit, Körper, Geist und Seele auf das Hier und Jetzt einschwingt, sich im Hier und Jetzt manifestiert. Sämtliche Schwächen und Unregelmäßigkeiten dürfen nun abfließen Atme nochmal tief ein und aus Und spüre nun, dass dich hormonelle Unausgewogenheit verlässt Und spüre nun, dass du absolut klar und frei bist Erlaube jetzt diesem Frieden, dass er sich nochmal über dein gesamtes System ausbreitet Und bedanke dich mal bei diesen Heilfrequenzen Du spürst, dass du aus der höchstmöglichen Ordnung Heilfrequenzen angerufen hast Und dass diese sich nun geerdet haben und in dir manifestiert haben Du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist, dir klarzumachen Dass du nicht mehr an alten Anspannungen hängst Sondern dass du ganz vertraut und zufrieden Klar und unbeschwert In der vollen Unterstützung deines Hormonsystems in die Zukunft gehen kannst Alte Erschöpfung, alte Anspannung transformieren sich Sehr gut Und in diesem Augenblick spürst du, dass dein gesamtes Hormonsystem in die Mitte gekommen ist Du spürst, dass dieser weiße Dunst um dich sich geerdet hat Das heißt, du hast dieses Licht jetzt in dir Das Licht eines harmonischen und ausgeglichenen Hormonsystems Und du atmest nun nochmal tief ein Und wieder aus Bedankst dich jetzt nochmal bei diesen Hilfsenergien Bei dieser Unterstützung, die du erhalten hast während dieser Meditation Und du spürst nun nochmal ganz bewusst in diese Erdung rein In diese Kraft rein Wo jegliche Anspannung sich transformiert Und wo du merkst, diese Transformation betrifft jetzt Nicht dich als gesamte Person Sondern ganz viel Transformation passiert einfach jetzt auch in der Gesellschaft Und die hat jetzt mit dir nicht wirklich was zu tun Das heißt, sämtlicher Wandel Auch Wahrnehmungswandel, Hormonwandel Der positiv ist, der dich betrifft Den kannst du umsetzen Und alles, was dich nicht betrifft Wird nun nochmal aus deinem System entfernt Jegliche Manipulation wird dort entfernt Und du spürst, dass du völlig klar entspannt und frei bist Atme nochmal tief ein und wieder aus Bedank dich Spür diesen Fluss Und komm dann ganz in deinem Tempo Ins Hier und Jetzt In diese Zeit, in diesen Raum zurück Fühl nach Und erlaube deinem Hormonsystem, dass es sich optimal integriert Dass Körper, Geist und Seele optimal bei dir zusammenarbeiten Du streckst dich jetzt nochmal durch Und erlaubst dir in deinem Tempo Ins Hier und Jetzt In diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren Und du spürst dich klar entspannt Und zufrieden Wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst Bedanke dich nochmal Öffne deine Augen Und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück Das war also die Heilreise für das Hormonsystem Wie hat es dir gefallen? Ich bin gespannt, was du erlebt hast während der Reise Lass mir gerne einen Daumen hoch da Abonnier den Kanal Teil das Video Würde mich freuen Und du merkst schon, dass diese Systeme Nervensystem, Hormonsystem Dass das ganz gut ist, wenn man die immer wieder so durchreinigt Und wir sind eben jetzt nochmal bei dieser Reihe Nächste Woche geht es wieder weiter Mit diesen sensitiven Körpersystemen Da werden wir uns dann nochmal im Speziellen nochmal ums Gehirn Und die Sinne auch nochmal kümmern Und ja Dann schauen wir, wie es weitergeht Ich wünsche dir eine gute Zeit Liebe Grüße Und bis nächstes Mal Dein Oliver Ereni Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020